Hallo und Willkommen zu einer weiteren Runde in Let's Play Alien Isolation. Wir machen jetzt direkt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das sind meine Missionsziele. Find Samuels. Wo könnte Samuels denn sein? Die haben zwar gute Lichteffekte, aber das Problem ist Der mangelt die Schatten meines Charakters. Ach komm schon! Ah nein, sie haben sich wieder erholt. Gleich noch eine. Kein und unnötig Munition zu verfolgen. BMP-Minen waren vorhin ja noch hinten genügend. Ja, schön. Ja, eine Keycard. Ansonsten kann ich sie nicht weiter durchsuchen. Bedeutet, ich muss sie wieder zurück in diese zwei EMP-Minen holen, die ich vorhin vergoldet habe. Eins, zwei, Matkit. Ach, wenn gerade ein Matkit rumläuft, warum nicht? Und wieder voll. So mag ich das. Molotow Cocktail. Wir haben hier noch Revolver Munizierung. Vorhin ganz übersehen. Ja, noch ein Generator. Ein Speicherstand. Speichern wir das Spiel mal wieder. Da muss ich erstmal wieder die Energie herstellen. Wailing Yutani Synthetic registered. Attempted unauthorized access. Okay. Okay. Taschenabend können wir gleich ausmachen. Brauche ich hier nicht mehr. Hier noch nur Schrott. Siehend, die Türe ist verschlossen. Kann ich sie gleich aufmachen? Nein. Da habe ich einen Moment. Er hat eine Shotgun. Revolver. Revolver ist ausreichend. Ungefähr 50 Schuss. Nein, 53. Ich hoffe nur, dass mich die Isabelian-Android jetzt auch nicht gleich auch töten will. Jetzt kommt womit ich gleich wieder irgendein Schockmoment. Ich muss warten, bis diese Dämpfe da weg sind. Um weiter zu gehen. Hier, jump down. Die andere Seite. Natürlich. Und schau mal. Ich bin doch wieder aufmachen. Siehend. Ich bin jetzt nicht klar. Die andere Seite. Bei der Stelle. Mit der Sache. Den 5-10-10-20. Mal-Functioning, sind hier sonst noch nichts, sind die alte Spiele-Konsole oder? Sieht fast so aus. Hier läuft im Moment sonst niemand mehr rum. Schatz-Pack ist voll. Hm, speichern wir trotzdem ab, auch wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Yes! Gehen wir langsam weiter. So, war das der Feind? Ah, jetzt höre ich die verdammte Kamera. Egal. Da hätte ich mich noch unten verstecken können, aber egal. Jetzt wurscht sowieso alle tot sind. This is re-wired. Schalten wir die Kamera aus. Was ist das? Mein... Tool. Mein Arbeits-Tool. Interessant habe ich jetzt noch. Jetzt ist es weg. So, hier wird dieser Re-Wire geradeaus weiter. Hier gehen wir jetzt mal vorsichtig weiter. Ich muss ja nicht unbedingt diese Androiden aufwecken. Hier gehen wir jetzt mal vorsichtig weiter. Ich muss ja nicht unbedingt diese Androiden aufwecken. Das kann ich gut brauchen. Schleichen wir mal ganz vorsichtig an ihnen vorbei. Nicht, dass ich hier noch weitere aufwecke. Und diese Kamera hier wahrscheinlich nicht ausschalten zu können, oder? Da spielt jemand Schach. Nein, die Kamera muss anbleiben. Am anderen Ende des Raumes ist noch was. Ah, die Kamera ist ebenfalls Geschichte. Ah, die Kamera ist ebenfalls Geschichte. Und das war der letzte. Mich würde wirklich interessieren, was passiert, wenn ich hier alle drei kurz falsch eingebe, dreimal hintereinander. Wer ist das? Ist das Samuels? Und das wäre... Komm schon, ich bin ganz ohr... rät weiter, mein Freund! Was wollen wir jetzt tun? Gehen wir einfach mal weiter die Musik. Guss ich werde mit euch wieder aufwamen? Sie schaut einem Wort nicht an ohne auf solerini das nach gaan, oder werde. Hey, dann habe ich also auch mit mir einen Kinderưỡ�erten. Đây bequem. Was haben wir hier noch? RESTOP POWER Ich werde die Reformat-Chamber benutzen. Es ist die einzige Option. Ich musste die Power aus dem Bereich, um mich zu versuchen. Na schön, nur Stück für Stück. Kann ich hier nur im Kreis gehen? Ah, in Speicher- eine Speicherstation. Yes. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Ich wünsche mir Glück. Samuels, nicht! Wollt der sich jetzt einen umwandeln lassen? Einen anderen Androiden oder was? Was? Ach, glaubst du? Amanda! You need to manually disconnect the system! Please! Jesus Samuels, I'll try! Wait! You need to do it in the correct order or the Cascade will be fatal for me. I'm accessing Zeigson Schematics. Remove the red cable first. Okay, red first. Human staff. This is Armin. Human staff. Und das rote Kabel hier hinten. Das rote Kabel hier hinten. Das bläue Kabel hier hinten. Got it. Blue disconnected. What next? I'm having trouble accessing the schematics. Apollo is making things difficult. I need the next one, Samuels. What? What's happening out there, Riffling? The emergency lights have come on. I can't make out the colors of the cables. You're going to have to guide me to them. The next one is plugged into a wall socket. Wall socket. What should that be? Just two more, Riffling. Look for an outward floor panel. There should be a deactivated android next to it. Got it, Samuels! Just the last one, now, Riffling. Und, Aotec. Ach, diese Spannung. Hier nichts mehr. Samuels. You're dying. You talk like I've had an actual life. I... thank you for that. Samuels. The, uh, Apollo transit is open. Once you get into the core, it will talk to you. You did that for me. I wanted Amanda Ripley to have closure. Ach, wie süß. So, und wo geht das hier raus? Riccardo, if you're there, pick up. I'm here, I'm here. Upgrade suit. Samuels is gone. Shit. Aber wir können hier gleich nochmal speichern. I'll get Apollo to lift the lock down. Yep. So, sind die anderen Räume jetzt offen? Jetzt, da die Energie wieder hier ist, müsste ich hier eigentlich dort rein können, nicht wahr? Jep. Schauen wir uns hier drin mal um. Hier noch Schrott. Eine komplette Verschwendung meiner Zeit. Aber schauen wir uns trotzdem noch etwas um. Und das war's auch schon, oder? Das war die einzige Türe hier. Tatsächlich. Eine weitere... Vailant. Nein. Das ist ja einer dieser Tadic-Bastarde. Das kann ich eigentlich genauso gut abknallen. Dann speichern wir nochmal und beenden auch zugleich dieses Let's Play von Alien Isolation. Ach nein, das ist gar keine Speicherstation. Verdammt. Verdammt nochmal. Ich dachte es ist eine Speicherstation. Aber wenn ich hier unten lang schleiche, müsste ich eigentlich genauso gut hier rauskommen. Was haben wir denn hier liegen? So, nein, nicht wirklich, nein. Nein, total Mensch. Sensor. Können wir eigentlich das Rennen anfangen? Ripp, ich habe etwas hier gefunden. An interview tape. Du musst es hören. Play es, Ricciardo. Ja. Ja. Ich bin Taylor. Sector exec Weyland-Yutani. Oh, die großen Schäden jetzt, huh? Nicht so gut mit Abandamenten. Leer Rickli aus. Sie ist nur für Klampe. Ich bin nach Weyland-Yutani. Und ich bin nachher raus. Vielleicht können wir das hier. Vielleicht. Wir haben. Wir haben. Das ist beendet. Wir verstehen. Ich habe. Die Lichter sind. Ich will Daten. Die Location des Planeten, wo du gefunden hast. Derrenicht. Die Daten haben Sie auf das Organe von dem Organe. Ich kann das. Und das weg aus dem Station. Du musst mich einfach raus. Ich kann wahrscheinlich das sagen. Was ist das? Taylor? Taylor, geh ich aus dem Cell, jetzt! Geh mich aus! Mit mir? Ich habe es gehört. Was ist das? Wo ist der nächste Speicherkasten? Hier haben wir ihn! Endlich! Und damit beenden wir auch dieses Let's Play. Aber diesmal für wirklich. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und es heißt Let's Play Alien Isolation. Beim Weil cevico merkt. Wir sehen uns morgens D . Vielen Dank.